Du schaust aus wie Trimax mit deinen blonden Haaren. Und keine Frau wird sich jemals mit dir paaren. Was auch Mitarbeiter von Weihnachtsmann. Aber keiner lässt sich an die Geschenke ran. Du kleiner Elf bist in Wahrheit nur ein Kelp. What the fuck? Leute, ich hab ne Nachricht bekommen. Von ich scamme deinen Account. Ey, du Kachbar, bin der Elf. Komm, eins versus eins. Oder ich scamme deinen Account. Junge, wenn nicht, dann scamm ich deinen Account. Wahaha, du Abba-Junge. Ich bin normalerweise No-Skin. Was, du bist No-Skin? Ja, und ich wollte einmal auf so einem seltenen Account spielen. Ha, du hab' verstanden, aber du gescammt, Alter. Bam, zack, Alter. Das ist jetzt ein Leiter, wenn du No-Skins süß findest. Und danach hast du diese drei seltenen OG-Skins in deinen Spinn. Solltest du jetzt keinen Leiter lassen, dann wirst du für immer in Fortnite Pech haben. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann wirst du niemals OG-Skins haben. Falls du ein No-Skin bist oder keine seltenen Skins hast, dann ist heute dein Glückssack. Denn du kannst auf meinem OG-Account spielen, wo wirklich jeder OG-Skin ist. Das ist unter anderem Renegade Raider, Ghoul Trooper, Aerial Assault Trooper, Skull Trooper. Die seltenste Spitzer-Game-Spiel. Falls ihr euch denkt, das sind die einzigen vier OG-Skins. Es sind auch viel mehr OG-Skins auf dem Account. Vielleicht ist sogar ein Recon-Expert drauf. Schaut einfach immer die Videos an. Und dann werdet ihr erfahren, welche weiteren OG-Skins auf dem Account sind. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie könnt ihr auf diesem Account spielen. Ihr müsst erstens nur Abonnent sein. Sehr wichtig, dieses Video liken. Denn Support ist kein Mord. Und im Video werde ich euch drei Buchstaben einblenden. Diese drei Buchstaben sind klar und deutlich sichtbar. Und diese drei Buchstaben schreibt ihr mir auf Instagram. Und für eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit kommentiert euren Lieblings-OG-Skin und euren Instagram-Namen. Desto öfter ihr kommentiert, desto höher ist eure Gewinnwahrscheinlichkeit. Falls ihr euch jetzt denkt, der will nur Abos und Likes machen und lässt gar keinen draufzocken. Ich werde immer zweimal im Monat in meiner Instagram-Story den Gewinner posten. Ihr dürft dann entscheiden, ob ihr mit euren Freunden zocken wollt oder ob ihr live im Stream von mir mit mir Duo zocken wollt auf diesem kranken OG-Account. Ich will euch damit einfach nur etwas zurückgeben und mich bedanken für den kranken Support. Danke an jeden Einzelnen, der einfach meine Videos schaut, sie mit seinen Freunden teilt, immer einen Kommentar und Like da lässt. Es pusht wirklich sehr den Kanal. Und wie ihr merkt, ich lade zurzeit jeden Tag ein Video hoch und zurzeit machen die YouTube mehr Spaß denn je. Und das habe ich einfach nur euch zu verdanken. Kuss geht raus. Warte mal. Oh mein Gott. Ist das ein Elfen-Skin? Ich glaube, das ist ein Elfen-Skin. Als ob jetzt... Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, bitte. Bitte, bitte mach nichts. Er ist korrekt. Er ist korrekt. Oh mein Gott. OG-Love-Story. Er war hier, Bro. Ich brauche die Waffe nicht. Hier, hier, hier. Nimm. Oh mein Gott. Einfach ein Elfen-Skin. Nimm, 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 nimm. Alter, wie krank ist das? Ja, okay. Ich soll sie nehmen. Okay, komm. Oh mein Gott. Ich wollte random einfach Highlights für eine Montage aufnehmen. Und ich treffe einfach ein Elfen-Skin. Oh mein Gott. Er denkt sich auch nur so, Renegade Raider. Was geht jetzt ab? So dieses komplette OG. Vor allem, er macht nicht mal 31er. Absoluter Ehrenbruder. Okay, ich glaube... Ich glaube... Okay, okay, okay. Okay, wird Zeit für Freestyle. Du schaust aus wie Trimax mit deinen blonden Haaren. Und keine Frau wird sich jemals mit dir paaren. Was auch Mitarbeiter vom Weihnachtsmann. Aber keiner lässt sich an die Geschenke ran. Du kleiner Elf bist in Wahrheit nur ein Kelp. Let's go, ey. Ey, der Tanz ist so heftig. Ich schwöre, ich feiere den... Der Jäger. Ich feiere das so hart, dass er gerade diesen Tanz hat. Ey, Bruder, komm. Wir müssen los. Komm, komm. Reicht jetzt. Komm. Zone. Bruder, komm. Du Arschloch. Du Arschloch. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich weiß, dass es aus Versehen war. Hier. Herz. Okay, Bruder. Wir müssen los. Komm, ich baue sogar auf meinen Nacken hoch. Ey. Oh mein Gott, ich darf ihn nicht verlieren. Hoffentlich sieht er mich fliegen. Wo ist er? Ah, hier unter mir. Ey, schau mal, da vorne ist ein Gegner. Lass den holen. Ich glaube, er hat ihn gesehen. Los, attackieren, so wie Atakan. Oh mein Gott, wie er ihm hinterher fliegt. Das Ding ist, ich habe nur 50 HP, Alter. Ich muss jetzt auffassen, dass ich nicht da umgehe. Oh mein Gott, das wird kritisch. Das wird dieses andere kritisch. Bitte lasere mich nicht. Bitte lasere mich nicht. Bitte lasere mich nicht. Bitte lasere mich nicht. Oh mein Gott, Elfen-Skin, wir müssen aufpassen. Er pusht uns, er pusht uns. Er hat meinen Elfen... Nein. Er hat meinen Homie getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viel willst du denn noch schlucken, Junge? Die Tactical ist so shit, Alter. Ich muss den gleich adden, Alter. Digga, wie kann man so viel Pech haben? Ich finde einen OG-Skin und dann direkt, Alter. Finden wir so einen Triad und finden nicht mal Leben, Alter. Ich muss den unbedingt adden. Ich schaue gleich in der Wiederholung, wie er hieß. 2.000 Jahre später. What the fuck? Leute, ich habe eine Nachricht bekommen. Von ich scamme deinen Account. Ey, du Kachbar, bin der Elf. Komm, 1 vs. 1 oder ich scamme deinen Account. Du NS. Soll wahrscheinlich Nothing Special heißen. Digga, er war übel korrekt. Er hat die ganze Zeit getanzt und alles. Und jetzt schreibt er mir auf einmal sowas. What the fuck? Das ist gerade übel komisch. Ich werde mal bei ihm in die Lobby gehen und schauen, was er so zu sagen hat. Vor allem, das ist übel komisch, dass er dann auch noch Deutscher ist. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber ich gehe mal bei ihm in die Lobby und bin gespannt. Also, ja, ich glaube, ich mache mal 1 vs. 1 gegen ihn. Wir sehen uns gleich, Leute. Digga, was bist du für ein Typ, Alter? Du teamst zuerst mit mir, machst die ganze Zeit Herz, machst die ganze Zeit diesen hier, bist übel korrekt. Und auf einmal schreibst du mir, dass du meinen Account scannen willst und 1 vs. 1 machen willst. Sag mal, wir machen jetzt 1 vs. 1. Wenn ich gewinne, bekomme ich deinen Account. Wenn du gewinnst, bekommst du meinen Account. Okay. Haben wir es verstanden? Ja, klar, kein Problem, Digga. Junge, wenn nicht, dann scamm ich deinen Account. Wahaha, du Opfer, Junge. Bruh. Was bist du für ein komischer Typ? Ey, das Ding ist, zu mir kommen die ganze Zeit OG-Skins, haben eine große Fresse und im Endeffekt werden sie eh gekleppt. Ich treffe dich in der normalen Solo-Runde. Du willst mit mir am Anfang teamen, bist am Anfang übel korrekt und jetzt sowas, Alter. Ganz kurz, wie willst du überhaupt meinen Account scannen? Du gibst sogar zu, dass du meinen Account scannen willst. Ich würde aufpassen, am Ende scamm ich noch deinen Account. 1 vs. 1 vs. 1 vs. 1. 1 vs. 3, wenn ich gewinnen sollte, bekomm ich deinen Account. Wenn du gewinnen solltest, bekommst du meinen Account. Okay, ey, du möchtest gerne OG. Bist du ready? Du hast erst an Weihnachten angefangen zu spielen. Auf jeden Fall. Ich bekomme auf jeden Fall einen Account, deshalb bin ich auch ready. Du bist schlecht, Junge. Du hast einfach viel später angefangen mit dem Spielen als ich, Alter. Du denkst, du wärst ein OG-Skin, aber hast du erst an Weihnachten angefangen, Digga. Komm, Junge. Ja, ja, ja. Oh, Kacke! Kacke! Digga! Ist es dein fucking Ernst? Was? Ist es dein fucking Ernst, Alter? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Hä? Hallo, wo bist du? Digga, du hast hier irgendeine scheiß Seife auf der Treppe verteilt. Was? Seife? Was? Hä? What do you mean, Bro? Ich komme hier nicht hoch. Hä, was? Hä? Ja, guck mal. Guck mal. Hä, Bruder, was soll das jetzt ein Prank sein? Was soll die Kacke? Was soll das? Hä? Ich kann auch ganz so mal... Ich komme nicht mehr hoch. Ja, Digga. Bruder. Was soll die Scheiße? Hast du irgendwie zu viel Prankbrows geschaut? Bruder, was, 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 was für Seife? Ja, nee, Digga, nee. Du hast einfach Neities verkackt. Du hast einfach Neities. Du hast einfach Neities verkackt und suchst jetzt eine Ausrede. Ja, okay. Guck mal, wir machen Neu jetzt einfach hier. Ja, okay, komm. Bruder, wie kann man... Oh, Gudaci, ich muss mal einen Hamster füttern, warte. Hä? Hallo, was ist denn jetzt, Mann? Junge, komm. Können wir jetzt bitte einen One-V-One machen? Junge, du legst mich übel auf. Hallo? Hallo? Ist jemand zu Hause? Sagt, der muss seinen Hamster füttern. Junge, wir machen hier gerade ein One-V-One um deinen Account. Beziehungsweise um meinen. Kannst du dich jetzt mal bitte endlich konzentrieren? Hallo? So, ich bin wieder. Junge, was soll die Scheiße? Was bist du oben? Ich hab gesagt, Pause. Ich hab Pause gemacht. Was soll ich machen? Ja, okay, ich komm wieder runter. Hallo? Ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Lass nochmal machen. Oh mein Gott, Junge, du gehst mir so auf die Eier. Bist du ready? Oder musst du jetzt noch dein Meerschweinchen füttern? Nee, passt. Bist du jetzt ready? Ist auch keine Seife auf der Treppe? Ja, ja. Och, Junge, jetzt fliegt da so eine Kackfliege rum. Ey, Junge, Alter. Ja, nee, nee. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Und du, ein Dreißiger, gehst hoch, Alter. Nee, Digga. Ey, nee. Können wir jetzt bitte einen One-V-One machen? Ja, hm, ich hab leider Probleme. Mein Hamster hat Hunger. Ich rutsche von der scheiß Treppe runter. Ja, dann wechseln wir die Seite. Komm. Komm jetzt. Wir wechseln die Seite. Ja, komm. Bist du ready? Warte mal. Was denn? Warte mal, lol. Was denn jetzt schon wieder? Junge, ich schwach, rast gleich aus. Was ist denn? Ja, warte mal. Ich muss die Treppe reparieren. Warte mal. Jetzt. So. Ja, jetzt kann man. Alter, Junge. Ja, komm. Ja. Hallo, was ist denn? Hey, Warte. Warte, was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Warte, fuck. Junge, mach das weg. Mach das weg. Ey, Junge, was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Ich kann nicht aufhören. Mach die Scheiße weg, du Mistgeburt, Alter. Was für mach die Scheiße weg, du Mistgeburt? Du bist hier grad die Mistgeburt. Mach das weg. Hallo, wir sind hier die Disco. Hallo. Es geht nicht weg. Hallo. Jungs, ist dein fucking Amp. Ich mach doch gar nichts. Junge, kannst du nicht mal aufhören damit. Hallo, bist du DJ? Es geht nicht. Bist du DJ? Es geht nicht. Es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Hallo, hör mal auf jetzt damit. Ich will eins, muss es eins machen. Es geht nicht weg, Digga. Hilf mir mal. Hallo. Digga. Es war ein Fehler gegen dich, den 1v1 zu machen, Alter. Du, aber was ist falsch mit dir? Ja, Digga, ist es dein fucking Ernst? Guck mal hier. Ja, okay, können wir jetzt bitte den 1v1 machen? Komm, du darfst sogar editieren. Es geht nicht gegen dich. Du darfst sogar editieren. Es geht gegen dich nicht. Du darfst sogar editieren. Ja, warte, warte, warte. Ach du Scheiße. Mein Controller ist irgendwie gerade kaputt. Ey, Junge, ich hab da, also ich hab schon wirklich viele Ausreden gehört, aber das, was du hier habt, siehst du... Ah, nee, warte, ich hab ne neue Methode. Warte, wir machen das so. Ich setz mal über dich ne Pyramide. Nee, 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 setz hier, es sitzt hier, ne, nein, nicht da, hallo, nein, äh, hier so, ja? Hallo? Ja, und jetzt? Nein, warte, warte, ich muss hier ne Pyramide setzen, du musst da ne setzen, ja? Okay, und jetzt? Und dann machen wir das so. Ja. Ja? Okay, und dann? Und dann editier ich das hier auf, okay? Junge, du weißt schon, ich hab gerade gesehen, dass... Okay, let's go, komm. Ey, Junge, Mann, Digga. Also wirklich, ey, ich hab sowas noch nie gesehen. Ja, das Spiel leckt irgendwie. Was für das Spiel leckt irgendwie? Ich hab sowas noch nie gesehen, ich rass gleich aus, ich mein's jetzt. Ja, Digga. Ja, ich hab mein Handy nicht gewaschen, es klebt voll. Halt die Schnauze jetzt endlich mit Machen, Mann, Johan. Guck mal, guck mal, es reagiert nicht mal. Es reagiert nicht, guck mal. Guck mal, es reagiert nicht. Digga, geh mich nicht auf die Eier, 1-0 jetzt, komm. Du fuckst mich ab. Nee, Digga, du suchst irgendwelche anderen Ausreden, ja? Das ist scheiße, ey. 1-0, Junge. Setzt er irgendwelche Treppen, etc. über mich, Junge. Jetzt konzentrier dich endlich, mach ein gescheites One-Viewer. Weiter hier zur Großmutter, geh mit deinem Umhang, Alter. Digga, der Umhang ist fresh. Der Umhang ist fresh. Das ist scheiße. Und du hast die Treppe kaputt, geh mal. Okay, let's go. Editiere. Junge, du machst mich so aggressiv, Alter. Wie soll ich denn editieren, wenn das deine Wand ist? Ja, okay, let's go. Nee, ich editiere. Ja, gut, editier, let's go. Bist du ready? Du fucking Autist. Null. Junge. Ey, ich krieg gleich so einen Anfall, gell? Junge. Ja, es hängt wieder alles. Die Schnauze, Junge. Hör mal auf Ausreden zu suchen, du fuckst mich übel ab. Ja, Digga, mein Spiel hängen. Fuck mich dich ab, Digga. Bitte fuck mich dich ab. Das geht nicht. Hallo? Alter, ey, nee, Digga, mein Spiel hängen. Mein Game hat sich auch gehangen. Ach, Digga. Hä, was hast du denn? Mein Spiel hängen. Ich hab ganze Zeit so einen Rauschen. Junge, jetzt spiel doch endlich mal gescheit, Alter. Ich hab gleich keinen Bock mehr, Junge. Digga, helfe mal. Ich hab so einen Rauschen die ganze Zeit. Es geht nicht weg. Warte, vielleicht wird's besser. Junge, bist du behindert? Ey, kannst du, kannst du dich jetzt bitte endlich mal konzentrieren, Junge? Digga, was soll die Scheiße? Leg die Waffe weg. Was für, Digga, wir machen hier in One-Wi-One. Fuck mich nicht ab, Junge. Komm, komm, es steht immer noch 1-0. Nee, er steht, hallo, hallo, hallo. Scheiß, ja, klar. Er steht. Jetzt fass mal auf, ich krieg so oder so dein Account. Wenn ich nicht gewinne, dann scamm ich mir einfach dein Account. Ich war mir schon irgendwie hinbekommen. Nein, wüsst du nicht. Am Ende scamm ich dich, deswegen fuck mich bitte nicht ab. Er steht jetzt 1-0. Wir machen jetzt die zweite Runde. Wenn wir nicht, ohne Ausreden jetzt. Wenn ich gewinnen sollte, dann gehört mir dein Account. Ohne Ausreden. Ohne Ausreden, okay. Fucking Pussy ass. Konzentrier dich jetzt. Was, ich muss noch eine Pizza bestellen, warte mal. Nein, spiel jetzt, Junge. Junge, du gehst mir auf die Eier, spiel jetzt endlich. Warte, ich muss eine Pizza bestellen. Schau mal ganz kurz, bitte. Hallo. Digga, ich verlass gleich. Digga, ist es dein fucking Ernst? Ja, ich verlass gleich. Ist es dein fucking Ernst? Ja, ist mein Ernst. Digga, nicht mal eine Pizza darf ich mir bestellen, Junge. Ja, nee, du da, Alter. Fuck mich nicht ab, Alter. Fuck mich nicht ab, Junge. Ich schwöre, fuck mich nicht ab. Okay, komm. Komm, bestell dein... Halt dein scheiß Maul, Alter. Junge, jetzt bist du auch noch frech. Ist der Hunger vergangen, Alter. Was für Hunger vergangen, Alter. Guck mal, wie du aussiehst, Alter. Kannst du dich jetzt endlich mal konzentrieren? Da steht immer noch 1-0. Nein, scheiß, Alter. Geh da diese scheiß Wand. Wenn es diese Runde nicht klappt, ich verlass. Ich schwöre, ich verlass. Wenn du noch einmal eine Ausrede suchst. Bruder, was machst du da unten? Das soll ja scheiß. Hallo, wo bist du? Ich baue mich gerade hoch zu dir. Ja, danke. Kann mir jetzt bitte... Jetzt fängt er auch noch an. Egal, egal, schieß runter. Okay, ist gut, ist gut. Okay, schieß runter, schieß runter. Ich habe da nichts gegen. Ja, jetzt geht's dir ab. Fucking retard, Alter. Wieso nimmst du den Heavy-Sniper? Hier, 140er in dein Gesicht, Junge. Ja, Digga. Geh mir nicht auf die Eier, Digga. Ich pickax dich jetzt. Geh es mir wies auf die Eier, Junge. Mach arm, Bruder. Der kennt nicht. Ja, so. Hast du... Digga, hast du... Hast du... Hast du... Hast du... Scheiß Opfer, Alter. Bleib da unten. Geh dich vergraben, Alter. Nee, bleib da unten. Du kannst mich nicht... Bleib am besten einfach da unten. Du weißt schon, dass du gerade verloren hast. Und dass du gepickgängst. Scheiß habe ich verloren. Nee, halt's Maul. Geh mir nicht auf die Eier, Junge. Schau, wie bad du bist, Alter. Ich habe selten so einen schlechten Codename-Elf-Skin gesehen. Aber bitte nimm nicht meinen Account. Okay, ey, du weißt schon, dass mir jetzt dein Elfen-Account gehört. Was? Nein. What the fuck? Was ist los mit dir? Bitte? Hast du meinen Account? Hä, nein, Digga. Du hast zuerst eine große Fresse, suchst die ganze Zeit... Hallo, hör mal auf zu heulen jetzt. Das ist nur ein Fortnite-Account. Digga, hättest du... Hallo, hättest du gewonnen, hättest du auch meinen Relegate Raider-Account bekommen. Hör mal auf zu... Nein. Digga, wieso heulst denn du jetzt? Es tut mir leid. Was tut dir leid? Ja, dass ich deinen Account abziehen wollte. Alles gut, Bro. Alles gut, ey, aber hör auf zu heulen. Hör auf zu heulen. Hör auf zu heulen. Alles gut, alles gut, ey. Okay, okay, hör auf zu heulen, hör auf zu heulen. Du musst mir nicht dein Account geben, alles gut. Aber jetzt, jetzt... Danke. Aber bist du... Du bist gar nicht so ein guter Spieler. Wieso hast du so einen seltenen Skin? Der Account gehört meinem besten Freund. Ach so, deinem besten Freund. Ich habe ihn ausgeliehen. Okay, okay. Ja. Ich bin normalerweise ein No-Skin. Was? Du bist ein No-Skin? Ja. Und ich wollte einmal auf so einen seltenen Account spielen. Auf meinem Renegate Raider-Account meinst du? Ja. Ja, okay, ey, dann lass es so machen. Schau mal. Du scheinst eigentlich auch ganz korrekt zu sein. Ich lasse dich jetzt auf meinen Renegate Raider-Account spielen. Also ich schicke dir die Daten. Ja, ich schicke dir die Daten jetzt schnell über Instagram, okay? Okay. Hör auf zu heulen jetzt, komm, alles gut. Wenn du No-Skin bist und das Account von deinem Kollegen ist, alles gut, man. Du darfst auf meinen Renegate Raider-Account zacken. Du kannst mich eh nicht irgendwie scammen, weil ich zweitstufige Verifizierung aktiviert habe. Okay, ich habe dir jetzt über Instagram meine Daten geschickt. Also du kannst jetzt für ein paar Stunden drauf zacken. Ja, ich guck mal. Ha, du haben fast gerne, aber wir gescannt, Alter. Bamm, zack, Alter. Was? Scheiß Lappen, Digga. Hä? Easy. Nee, bleib da unten, Alter. Schäm dich. Schäm dich einfach nur da unten in deinem scheiß Loch, Digga. Hey, nein. Nein, ey, mach jetzt nichts mit meinem Account, bitte. Ich habe die fremde Account-Daten, Bro. Ey, du kannst eh nichts machen. Ich habe zweitstufige Verifizierung aktiviert. Ich habe zweitstufige Verifizierung aktiviert. Nee, Digga. Ich ändere jetzt wieder mein Passwort. Falls dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne ein Like da lassen. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes kommt die Fortsetzung. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, lass ein Abo da, um die Fortsetzung nicht zu verpassen. Das Video dient lediglich, klickt nur zur Unterhaltung, scammt keine Leute. Und ich hoffe, ihr seid gespannt auf die Fortsetzung. Denn wenn das Video innerhalb von 24 Stunden 10.000 Likes bekommt, dann bekommt ihr morgen direkt die Fortsetzung. Jetzt neben meinem Kopf, beziehungsweise auch in der Infocard, werden euch weitere Videos von mir eingeblendet. Der Code in Elfen Skin ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Lasst auf jeden Fall bei dem Ehrenbruder ein Abo da. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Peace, ich bin raus, euer Zemex und tschüss.